Heute geht es um End-to-End-Tests in JavaScript. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute geht es um End-to-End-Tests. Wir haben uns hier vor einiger Zeit schon Unit-Tests angeguckt und was damit zusammenhängt. Und es gibt natürlich noch weitere Test-Geschichten, die man unbedingt abdecken und kennen sollte. Und End-to-End-Tests ist vor allem im Frontend einer der wichtigsten Bereiche, weil ihr quasi Nutzerinteraktionen testet. Das Ganze werden wir heute auch in unserer Standard-Entwicklungsumgebung integrieren und nutzen. Und wir werden das mit Hilfe der absoluten Basics uns mal näher ansehen. Wenn ihr Fragen, Probleme oder sowas habt oder euch mit anderen darüber austauschen wollt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu Discord. Dort könnt ihr dir Community-Joyen-Fragen stellen, euch mit anderen austauschen oder einfach mal mit gleichgesinnten Runde quatschen. Ansonsten, ja, verliebe keine Zeit, legen direkt los und viel Spaß! So, los geht's mit unserem heutigen YouTube-Video. Grundsätzlich geht es heute um End-to-End-Tests. Was wollen wir testen? Hier in der Seite habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Wenn ich hier drauf drücke, zählt sich quasi einfach ein Counter hoch. Wenn man sich hier die Index mal ansieht, sieht man auch, okay, es gibt einmal einen Div-Container. Da steht halt diese 7 drin. Dann haben wir einen Button. Wenn ich da drauf drücke, wird halt diese 7 immer um 1 erweitert. Und wir haben hier unten ein Input-Feld. Was heißt, ich kann auch in dieses Feld hier was reinschreiben. Das sind einfach nur drei Beispiele. Das hat nichts zu sagen mit diesem Tutorial und kann getrost ignoriert werden. Auch mein JavaScript-Teil hier seht ihr, ist nicht wirklich lang. Ich habe halt hier den Button definiert, dass wenn ich hier drauf drücke, habe ich die Event-Listen da drauf gelegt und schreibe hier einmal am Anfang halt die Null in den Container rein. Und immer wenn ich auf den Button drücke, wird das halt einmal erweitert und schreibe dann die neue Version hier in den Container. Das ist alles nicht wirklich aufwendig, ist auch nicht wirklich relevant für dieses Tutorial, sondern wir wollten einfach was haben, was wir später auch testen können. Aber was ist der Unterschied zwischen einem End-to-End-Test und einem normalen Test? Wir haben ja letzte Woche schon hier festgestellt, dass wir hier einen Test haben und der läuft jetzt hier durch. Der ist halt hart gecodet, wir importieren hier nichts und der ist erfolgreich. Der testet aber nur diese eine Funktion. Also er testet keine Abhängigkeiten, keine Verbindungen zu anderen Diensten und so weiter. Ein End-to-End-Test macht das. Was heißt, wir wollen hier nicht nur kontrollieren, okay, addiert das eine Zahl hoch, sondern wir erwarten, wir drücken hier drauf und uns egal, was im Hintergrund passiert, ob einfach nur eine Variable erweitert wird oder ob irgendwo ein Backend-Call abgeschickt wird und wir warten auf eine Antwort, der Server reagiert, es werden verschiedene Dienste, Berechnungen angestellt und dann sehen wir hier ein Ergebnis und das ist uns egal, sondern wir wollen einfach nur testen, ist das Ergebnis korrekt und funktioniert dieser Nutzer-Input. Das heißt, wir wollen wirklich in diesem Browser arbeiten und dafür brauchen wir einige Packages, weil wir müssen, wenn wir in einem Browser testen wollen, brauchen wir diesen Browser irgendwie. Und dazu geben wir hier unten einfach npm-install und dann installieren wir uns ein Framework namens Puppeteer. Und zusätzlich brauchen wir noch eine zweite kleine Library, nämlich jest-puppeteer. Das ist so ein bisschen die Verbindung, dass man Puppeteer nutzen kann. Aber was ist dieses Framework? Das ist grundsätzlich nichts anderes außer Chrome in einem sogenannten Headless-Mode. Das heißt, wir können Chrome starten, ohne eine GOI zu sehen und können dann unsere Webseite quasi testen, als wenn wir einen virtuellen DOM haben, auf den wir zugreifen können, ohne dass wir diesen wirklich sehen. Aber wir können mit Puppeteer auch Screenshots erstellen und so weiter und so weiter. Das heißt, das ist ein sehr, sehr mächtiges Tool und wir nutzen heute wirklich nur die Spitze. Wenn ich das Ganze jetzt installiere, drücke ich hier einmal Enter und dann installiert das jetzt mal kurz alles, was wir für dieses Tutorial brauchen. So, nachdem das jetzt installiert ist, räume ich mal eben die Konsole wieder auf. Und wir haben jetzt hier im Hintergrund, habe ich die ganze Zeit unseren Server laufen, also unseren Entwicklungs-Server in einem anderen Tab. Und wenn ich hier in der Package-JSON bin, sehen wir hier ist jetzt auch jest und jest-puppeteer installiert. Und wenn ich jetzt hier hochgehe, sehen wir hier ganz normal, wir haben hier unseren Testbefehl. Das heißt, wenn ich npm run test eingebe, wird jetzt unser Unit-Test ausgeführt, den wir das letzte Mal erstellt haben. Das heißt, der findet hier unsere main.ds.js. Hat auch hier funktioniert, hat einen Test durchgeführt. Und jetzt brauchen wir für End-to-End-Test ein bisschen übergeordneten Ordner, weil wir testen ja nicht nur eine JavaScript-Datei in quasi nur eine Funktion oder irgendwas, sondern wir testen grundsätzlich unsere Anwendung. Dafür lege ich jetzt einen neuen Ordner an, der heißt einfach End-to-End, also E2E. Und hier drin werden später unsere Tests liegen. Und das müssen wir irgendwie auch später dediziert ansteuern können. Das heißt, wir haben einmal unseren normalen Test, das ist unser Unit-Testing. Und hier haben wir E2E. Das heißt, wenn wir einen neuen Befehl eingeben, geben wir hier auch Jest ein. Allerdings gehen wir hier auf eine gezielte Config, also minus minus Config und sagen Jest-E2E.js. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, wir haben hier auf eine Datei verlinkt, nämlich Jest-End-to-End. Und hier sollten wir kein Komma, sondern einen Punkt nehmen. Dann müssen wir diese Datei natürlich auch erstellen. Was heißt, eine neue Datei erstellen? Und zwar Jest-End-to-End.de, äh, .de sag ich schon, .js. Und in dieser Datei muss jetzt einiges drinstehen. Auch nicht sonderlich viel, aber ein bisschen was müssen wir hier hinterlegen. Und zwar brauchen wir einmal ein Modul, was wir exportieren. Und in diesem Modul sagen wir jetzt einmal, okay, es handelt sich bei dieser Config-Datei um Preset Jest-Puppeteer. Das ist einfach unser Name, der verlinkt auf eine Datei, die werden wir gleich noch erstellen. Und wir sagen hier, okay, der soll auf eine Adresse zugreifen, in unserem Fall einfach auf localhost 3000, weil das ist unser Entwicklungs-Server, auf den wir zugreifen, der ja von GALB gehostet wird, ganz normal. Außerdem sagen wir, er soll einen gewissen Pfad ignorieren, weil wir hier End-to-End-Tests haben, soll er alle Tests, die in SRC liegen, also zum Beispiel unsere Unit-Tests, soll er komplett ignorieren. Und die einzigen Tests, die er berücksichtigen soll, wenn er diese Config lädt, ist quasi einmal, egal wo, ein End-to-End-Ordner. Dann dort drin ist uns auch egal, welche Ordner. Und hier drin dann alle Dateien, die irgendwas mit test.js haben. Das heißt, das speichern wir. Und wenn wir jetzt hier drin eine neue Datei anlegen, das machen wir gleich, dann wird unser Pfad erweitert. Aber wir brauchen jetzt erstmal auch eine grundsätzliche jest.config.js, weil wir jetzt hier auf mehrere Configs zugreifen, damit unser normaler Unit-Test funktioniert, müssen wir hier im Prinzip unsere End-to-End-Tests, also diesen Ordner, den wir gerade erstellt haben, ausschließen. Das heißt, den wollen wir zukünftig, wenn wir hier npm run-test eingeben, soll der quasi hier nicht berücksichtigt werden, sondern nur die Sachen, die in unserem Source-Ordner stehen. Das Ganze können wir jetzt auch nicht einmal löschen, das brauchen wir nicht. Und wir müssen jetzt nämlich weitermachen. Und zwar brauchen wir jetzt in diesem jest-end-to-end.js, verlinken wir hier auf ein Preset. Und zwar auf jest-puppeteer. Und das müssen wir jetzt auch erstellen. Und zwar sagen wir jest-puppeteer.config.js. Und hier drin müssen wir jetzt einige Sachen hinzufügen. Und zwar einmal wieder ein Module Export für Launch. Und hier sehen wir nämlich jetzt für Puppeteer einige Variablen. Nämlich einmal Headless, weil man kann sich angucken, wie er quasi testet. Oder man kann, wenn man das in einer Pipeline laufen lässt, auch einfach mit Headless True setzen. Dann läuft Chrome im Hintergrund und öffnet kein Fenster. Wenn man das hier auf Vault setzt, dann öffnet der wirklich Chrome und man sieht jede Eingabe, die die Tests quasi gerade machen. Slow-Mo bedeutet, das Ganze läuft sehr langsam. Also wenn man hier zum Beispiel 200 Millisekunden eingeht, dann wird zwischen jeder Zeile des Tests ein bisschen Zeit verzögert, sodass man dem zugucken kann. Und man kann sich hier theoretisch sogar die Dev-Tools öffnen und dann in den Dev-Tools auch die Konsole beispielsweise betrachten und solche Geschichten. Das speichern wir jetzt erstmal ab. Dazu komme ich aber gleich noch. Das werden wir noch ein bisschen erweitern. Und das sind im Prinzip erstmal alle Config-Piles, die wir brauchen. Wenn wir jetzt hier npm-run-test eingeben, sollte unser Unit-Test immer noch erfolgreich durchlaufen. Und er öffnet hier auch, wie man sieht, nur die main.test.js. Und wir öffnen jetzt hier oben eine neue Datei, und zwar new file. Und die nennen wir basic.test.js. Und hier könnten wir jetzt auch einfach zum Beispiel unseren Unit-Test, weil der in sich geschlossen ist, der verlinkt auf nichts, den könnten wir auch einfach hier oben einmal starten. Und wenn ich das Ganze jetzt laufen lasse, haben wir jetzt hier theoretisch zwei Unit-Tests in unserer Anwendung. Er verlinkt aber nur die obere. Was heißt, wenn ich jetzt in unserer Package.json unseren End-to-End-Befehl aufrufe, was heißt npm-run und dann hier, beziehungsweise erstmal klären, npm-run-e2e. Dann läuft das durch. Und dann kam hier ein Fehler. Warum kam hier ein Fehler? Oh, ich habe das falsch geschrieben. Wo habe ich es falsch geschrieben? Hier. Config natürlich. Das ist natürlich nicht gut. So, dann machen wir jetzt nochmal npm-run-end-to-end. Und jetzt lädt er das durch. Jetzt löftet er das. Und jetzt geht er nämlich hier, wie man sieht, in unseren Ordner End-to-End, öffnet hier die basic.test.js und führt unseren Test aus. Was heißt, wir haben jetzt zwei komplett voneinander getrennte Abläufe für unsere Unit und für unsere End-to-End-Tests. Sondern wir haben hier an der Seite unseren Code quasi, unseren Bereich. Und den wollen wir jetzt jedes Mal laden. Was heißt, wir wollen hier jedes Mal, wenn wir einen End-to-End-Test starten, beispielsweise hier sagen wir, wir wollen jetzt den Counter hochzählen, dann müssen wir jedes Mal zurück auf diese Seite gehen. Und das machen wir before all. Was heißt, vor jedem Test soll etwas passieren. Und in unserem Fall sagen wir hier, weil wir mit Puppeteer immer mit ganz vielen Promises arbeiten, müssen wir sagen await und dann page.go to. Was heißt, er soll jetzt also Puppeteer, unser Klammern fake headless browser, soll jetzt einfach auf unsere URL gehen. Und diese URL haben wir standardmäßig schon definiert. Und das steht einfach, wenn wir hier in unseren Test reingeben, steht hier die URL, auf die wir jetzt zugreifen. Und man kann einfach mit URL alles benutzen quasi, was hier unter Globals steht. Das heißt, wenn ihr irgendwelche globalen Einstellungen habt, schreibt die hier einfach drunter. Die könnt ihr dann in euren Tests einfach verwenden, indem ihr die hier eingibt und dann erkennt ihr das. Das Ganze können wir jetzt abspeichern. Passieren tut aber jetzt noch nicht sonderlich viel. Sondern wir wollen jetzt als erstes mal einen Standard-Test hinzufügen. Und zwar unser erster Test ist, wir laden die Seite und wir kontrollieren, dass hier wirklich eine 0 drin steht. In der Regel weiß zum Beispiel ein End-to-End-Tester nicht, was jetzt genau hier im Hintergrund passiert. Und das ist auch prinzipiell eigentlich egal für den End-to-End-Test. Ob das jetzt einfach nur ein Counter ist, der hoch zählt, ob das irgendwie eine komplizierte Berechnung ist, ein Backend-Call oder sonst irgendwas, das ist erstmal egal. Sondern wir erwarten nur, dass hier, wenn ich das Ganze jetzt schreibe, am Anfang eine 0 drin steht. Und um das zu erreichen, brauchen wir als erstes eine Variable. Und wir erwarten, dass hier 0 steht. Wir müssen das Ganze wieder asynchron machen, weil das ja Puppetier ist und da immer Promises kommen. Was heißt, wir sagen, wir erwarten einen Output bzw. einen Button, der mit Output funktioniert. Und hier sagen wir jetzt, okay, wir erwarten auf unserer Seite ein Objekt. Das ist quasi die jQuery-Sontax, die auch über Puppetier gewährleistet ist. Und da erwarten wir irgendwann ein Objekt mit der Klasse Output. Wenn ich jetzt reingehen würde, untersuchen, sehen wir, dieser DIV-Container hat die Klasse Output. Und da soll 0 drin stehen. Was heißt, wir erwarten jetzt hier auch noch einen zweiten Befehl. Das hier mache ich mal eben zu, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Und sagen hier, eine neue Variable HTML erwartet wieder auf Puppetier. Evaluate. Was heißt, er möchte uns von unserem erwarteten Objekt hier oben ein Objekt, also ein Parameter, ein Attribut geben. In unserem Fall innerHTML. Das heißt, wir nehmen diese Variable, leiten die hier durch und fügen einfach nur das Attribut an, was wir später haben wollen. Die Property, die wir haben wollen. Und das Ganze können wir jetzt einfach überprüfen. Was heißt, wir sagen jetzt Wait. Und hier das, was wir schon aus dem letzten Video kennen mit Expect. Und sagen jetzt hier, wir erwarten das HTML to be. Und das ist ein String, weil es hier aus einem HTML-Objekt kommt. To be Null. Das Ganze speichern wir jetzt ab. Geben jetzt hier NPM Run End to End ein. Lassen das Ganze mal durchlaufen. Und wenn alles richtig ist von mir, dann sollte der Test auch erklappen. Was heißt, wir haben jetzt hier erfolgreich Null. Wenn ich jetzt jedoch in unserem Main-Part beispielsweise diesen Counter ändere zu 5, also irgendein anderer Entwickler hat das verändert, wusste nicht, dass das wichtig ist, und wir fügen das nochmal durch, dann schlägt unser Test jetzt fehl, weil hier am Anfang nicht mehr 5 drin steht. Das steht auch hier. Er wartete 0 und hat 5 bekommen. Und unser End-to-End-Test wäre fehlgeschlagen. Die Funktion, die gewährleistet ist, dass der Test beispielsweise, dass der Counter immer bei 0 startet, wäre nicht erfolgreich. Das können wir jetzt natürlich noch ausweiten, weil wir können hier auf den Button drücken und dann verändert sich hier die Ausgabe. Wie das zustande kommt, ist unserem Test egal. Unser Test erwartet einfach nur, dass der Counter 1 anzeigt. Und in diesem Fall können wir jetzt hingehen und sagen, okay, was brauchen wir hierfür? Exakt dasselbe, was hier oben auch schon steht. Nur, dass wir erwarten, dass das jetzt 1 ist. Wenn ich das jetzt aber durchführen würde, wäre es immer noch falsch. Es würde also fehlschlagen, weil unser Counter, wenn wir die Seite neu laden, steht hier 0. Das heißt, wir müssen irgendwo hier auf den Button drücken. Und das geht erstaunlich einfach. Was heißt, man muss das wirklich einfach nur, wie man es wirklich denkt, betrachten. Wir sagen Await Page. Also wir warten wieder auf unser Puppeteer-Objekt und sagen hier einfach Click. Click auf ein Objekt in unserem Puppeteer-Objekt. Und in unserem Fall sagen wir, wir haben hier einen Button. Und dieser Button hat einen Namen-Attribut. Und der Name unseres Buttons ist einfach CountUp. Das können wir uns auch ansehen, wenn wir hier in unsere Index-HTML gehen. Sehen wir hier unseren Button. Der hat einen Namen. Heißt CountUp. Das kopieren wir uns jetzt einfach mal hier raus. Schreiben das hier rein. Und das klickt jetzt, oder diese Zeile klickt einmal auf den Button. Erst dann definieren wir den als unser Output und vergleichen das Ergebnis. Was heißt, wenn ich jetzt hier unten einfach End-to-End-Tests wieder starte, läuft das wieder durch. Und in dem Fall sind zwei durchgelaufen. Oh, wir haben nicht gespeichert. Das war natürlich nicht so clever. Aber jetzt läuft es hier unten wieder durch. Wir haben jetzt zwei Tests. Und erwartet, dass er 0 anzeigt. Und erwartet, dass er 1 anzeigt. Und man sieht jetzt auch hier an der Seite. Das ist hochgezählt. Was heißt, dieser Button wurde fake-mäßig gedrückt. Ohne, dass ich in echt was gedrückt habe. Weil Chrome im Hintergrund quasi dieses Skript einfach ausgeführt hat, was im Hintergrund auf unserem Server läuft. Und wir können das jetzt nochmal kontrollieren. Was heißt, wir können jetzt auch sagen, okay, wenn wir hier unten sind und wir haben jetzt einmal gedrückt, dann erwarten wir, wenn wir jetzt noch ein zweites Mal drücken, dass hier unten nicht 2 steht, sondern 3. Also nicht 1 steht, sondern 2. In dem Fall können wir das jetzt auch nochmal starten. Und jetzt haben wir gleich drei Tests. Und hier sollten jetzt nochmal zweimal gedrückt werden. Und zack, wurde zweimal gedrückt. In dem Fall sind drei Tests erfolgreich bestanden. Das können wir jetzt auch wieder, wie wir es letztes Mal schon gelernt haben, in unseren Unit-Tests einfach zusammenfassen mit einem Describe-Tag. Und können jetzt hier diese ganzen Tests, die wir unten geschrieben haben, hier oben schön sauber zusammenfassen. Und ich kann das jetzt beispielsweise so wegblenden. So, wir haben jetzt hier unseren ersten Bereich geschrieben. Wir haben jetzt also eine Interaktion mit einem Klick definiert. Aber es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, ein Formularfeld, eine Formulareingabe zu kontrollieren. Und beispielsweise haben wir hier in unserer Index-HTML einen Input mit einem Namen Username und dem Required-Tag. Was heißt, das Feld hier so, wie es hier ist, ist Invalid. Und das müssen wir auch kontrollieren. Weil was wäre, wenn jetzt ein anderer Entwickler das hier aus Versehen mal wegnimmt. Und wir erwarten eigentlich, dass dieses Feld Required ist und damit Falls. Und dann wäre das nicht mehr gegeben. Was heißt, erstmal können wir ja kontrollieren, können wir hier was reinschreiben. Gibt es das? Und dann können wir kontrollieren, ist das Ganze valide, wenn da was drinsteht. Ist es nicht valide, wenn etwas drinsteht und so weiter. Und als erstes starten wir, wenn wir so eine Seite angucken, ist unser Formularfeld, wenn wir es das erste Mal betrachten, erwartet es, dass ein leeres Formularfeld Invalid ist. Dazu definieren wir uns jetzt auch wieder, wie gerade eben, unser Formularname, nämlich constantUserName, awaitPage. Gehen hier auf ein Inputfeld mit dem Namen Username und das Ganze interpretieren wir jetzt wieder mit Evaluate. Allerdings nehmen wir jetzt hier ein anderes Attribut bzw. eine andere Property. Und zwar aus unserem Formularfeld nehmen wir das Feld Validity oder wie auch immer man das ausspricht und Value Missing. Das steht nämlich in unserem Fall auf True. In dem Fall, wenn hier Required steht. Und wenn wir das Ganze jetzt hier haben, können wir einfach sagen, okay, in dem Moment nimm einfach expectInput to be true sie. Das heißt, wir erwarten, dass dieses Wert Value Missing true ist und damit unser Formularfeld per se invalid ist. Wenn wir das Ganze jetzt speichern und hier einfach nochmal laufen lassen, dann müsste das jetzt durchlaufen und in unserem Fall uns zwei Describe-Felder ausgeben, nehme ich einmal unser Button und einmal hier unten unser Formularfeld. Und das hat wunderbar funktioniert. Und wenn ich jetzt hier hingehe in unser Index.html und beispielsweise unser Required empfehlen würde und ich führe nochmal unseren Test aus, dann würde unser Test nämlich fehlschlagen, weil unser Feld jetzt valider ist. Und das haben wir jetzt hier auch gesehen, was heißt Received False und ich habe True C erwartet, weil ich habe erwartet, dass das Feld invalid ist. Und das ist es nicht, wenn wir es nicht als Required machen. In dem Fall können wir jetzt natürlich auch weitergehen und sagen, okay, wir wollen jetzt auch testen, ob wir irgendwas in unser Formularfeld reinschreiben können. Und in unserem Fall sagen wir einfach, erwartet, dass man etwas in das Formularfeld befüllen kann. Und hier ist es mal ganz praktisch, ein Test-Value zu definieren, das man später auch vergleichen kann, so muss man das nicht mehrfach ausgeben. Und als erstes befüllen wir unser Textfeld. Das machen wir einfach mit Await, dann Page Type. Das ist so ähnlich wie Click, können wir einfach sagen als erstes, wo wollen wir etwas reinschreiben. In unserem Fall einfach in Input, Name, Username und hier wollen wir einfach unser Test-Value reinschreiben. Was heißt, in dieser Funktion oder diese Funktion erwartet einfach nur, wo und was. Und dann schreiben wir das da rein. Und in dem Fall können wir das jetzt einfach wieder auslesen, wie auch oben. Nur, dass wir hier quasi nicht sagen, wir wollen, unser Input-Feld soll nicht hier Value Missing sein, sondern wir wollen einfach von unserem Input-Feld das Attribut Value benutzen. Und das wollen wir jetzt vergleichen. Und zwar erwarten wir, dass unser Input-Value hier einfach unser Test-Value ist. Und wenn ich das Ganze abspeichere und hier einmal durchführe, dann sollte das auch erfolgreich funktionieren. Ja, und es hat wunderbar geklappt. Unser Wert wurde erfolgreich befüllt. Und wenn ich jetzt hier beispielsweise, ich erwarte jetzt nicht, dass es unser Test-Value ist, sondern 1, 2, 3. Und ich lasse das Ganze nochmal laufen. Dann schlägt das nämlich wieder falsch. Beziehungsweise fehl. Und wir sehen jetzt auch hier, er hat erwartet, dass ich 1, 2, 3, was hier drin steht. Einen Moment. So, ich erwarte, dass das quasi 1, 2, 3 ist. Aber hier oben schreiben wir halt unser Test-Value, also Test rein. Deswegen hat der Bekommen-Test erwartet 1, 2, 3. Und deswegen ist das Ganze fehlgeschlagen. Also unser Test funktioniert. Und man kann jetzt etwas korrekt in dieses Formularfeld eintragen. Das Ganze ist jetzt schon einiges abgedeckt. Das heißt, wenn ihr komplexe Formulare habt oder so, könnt ihr kontrollieren, dass jedes Formularfeld korrekt benannt und befüllt ist und auch das tut, was es später tun soll. Man kann natürlich dann auch hier zum Beispiel auf den Submit-Button drücken und erwarten, dass es erfolgreich abgesendet wurde oder nicht erfolgreich abgesendet wurde oder dass man den Submit-Button nicht anklicken kann, weil ein Formularfeld noch nicht befüllt ist und so weiter. Man kann das endlos erweitern. In unserem Fall fehlt jetzt noch ein abschließender Test. Und zwar sage ich, nachdem unser Formularfeld hier befüllt wurde, können wir jetzt testen, dass unser Formularfeld, wenn es befüllt wurde, valider ist. Dazu öffnen wir hier wieder unser Valid Property und sagen Value Missing. Und diesmal erwarten wir aber, dass das Ganze false hier ist. Also nicht wie hier oben, dass das wirklich einen Fehler verursacht, sondern dass es keinen Fehler verursacht. Und wenn wir das Ganze jetzt abspeichern und noch einmal durchführen, dann läuft das jetzt im Hintergrund durch. Und wir haben unser Formularfeld vollumfänglich quasi getestet. Aber wie gesagt, das ist nur ein kleiner Vorgeschmack von End-to-End-Tests. Und es ist wirklich praktisch, wenn man damit komplex seine Anwendung durchgeht, weil man so Fehler findet. Und vor allem, wenn das große Anwendungen sind, wo viele Entwickler dran arbeiten, dann kann man nicht nur einfach einzelne Funktionen testen, sondern komplexe Nutzerinteraktionen, die vielleicht wichtig sind. Natürlich kann man das endlos vorschreiten und vertiefen oder auch oberflächlich machen. Aber zumindest die, in Klammern, wichtigsten Funktionalitäten eurer Software, sowas wie ein Login, sowas wie Passwort zurücksetzen, irgendwelche wichtigen Interaktionen wie das Kaufen eines Produktes oder irgendwie solche Geschichten sollten definitiv durch End-to-End-Tests abgedeckt sein, damit man da einfach sagen kann, egal was man macht, das wird überprüft und bei jedem neuen Release wird das einmal durch die Pipeline automatisch überprüft. Und wenn es falsch läuft, dann fällt das direkt bei der Entwicklung auf und nicht, wenn es irgendwo auf einem Server liegt oder von einem Tester kontrolliert werden muss. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr jede Menge Social-Netzwerke, könnt ihr mal Hallo sagen oder Amazon-Affiliate-Links, wo ihr quasi diesen Channel etwas supporten könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß.